Da bin ich hier auf der Zukunftspersonal und die Firma Link Instinct hat mir in unter 10 Minuten ein Zing-Studio gebaut. Also möchte ich die Chance nutzen hinzuweisen auf unser nächstes offizielles Zing-Event, nächsten Dienstag in Köln-Westhofen, hier im Garten Eden Industrial, einer schönsten neuesten Locations in Köln. Hier werden wir eine kleine Bühne sehen mit zwei Top-Referenten, die zum Thema Vertriebsstrategien ihre Meinung kundtun werden. Moderiert wird der ganze Abend von Harry Flint. Harry Flint hat mit uns dieses Event konzipiert und wir freuen uns bis zu 100 Mitglieder an diesem Abend zu gewinnen, die eben die Chance nutzen sich persönlich zu vernetzen. Hier beim Zing-Experten-Dialog unter dem Motto persönliches zählt, geschäftliches ergibt sich. Ich freue mich auf Sie.